assalamu alaikum meine lieben jetzt bin ich gerade fertig geworden schaut einmal die kofta die sind für morgen die mause will jetzt schon ganz schön abwarten guck mal der im hintergrund muss jetzt putzen guck mal schmeckt es sag schon das ist das was dir schmeckt lieblingsessen okay wir geben morgen auch ein bisschen ab ist ja gekocht also der liebt auch so kofta ja das ist dann für zwei tage und dann machen wir gulasch nee stop danach gibt es noch mal ente und dann gulasch wow das hast du hingekriegt wir haben die haare gewaschen das ist echt und mit weichspiel nicht weichspiel mit haarkur ägyptische haarkur und jetzt hat es wieder wie schön jetzt kannst du ihre haare die flechten ganz viele zöpfe machen zum beispiel gute idee hier haben wir auch aufgeräumt ach guck mal das wieder im boden hör mal auf jetzt gehen hier mein stall ist mein kopftuch und gucken mal die tiere der jones hat heute wirklich was repariert wo ist es draußen das muss ich euch zeigen ich wollte das wegschmeißen dann hat er gesagt nein gibt es mir ich reparierte so nicht ja klar dann mach mal ich habe da einfach nicht geglaubt ich so ja ja mach mal und tatsache er hat wirklich repariert warte mal ich muss erst meine stall schuhe suchen ich komme ich komme jones ein solarlicht guck mal das wollte ich wegschmeißen das passiert das hat er darum gedrückt gemacht getan und repariert der kleine pass bitte auf wohin tritt maschallah du hast richtig repariert das war einfach ausgeschalten wahrscheinlich na und das kannst du das auch reparieren hier er fragt immer ob ich was zu reparieren hat was aber mit der erde 3 junis kannst du doch selber ab machen du bist der beste reparateur so leute ich habe ich das nicht schön aber das habe ich schon gestern gezeigt junis machen wir haben alles weggefressen selber schuld der machmuth machmuth das ist was selber macht dann nie zu gell jetzt kann man schon mal sagen ich dies ich dies wie so ein trottel und die fressen alles wir haben habibi wo ist der machmuth ich gar nicht darf ich den stall bei den die hier war gestern in der schale und ich habe es gerade noch befreien können alhamdulillah ja ich hoffe das wird noch was hier don 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 hier sind auch don also to bismillah guck mal mashallah zwei mäuschen und hier wo bist du du bist es das baby ich bin im tauben stall warum komm schnell hier war nix die eier waren leer und hier war ich komm mashallah ist groß ich komme mensch ist das ein stress hast du es repariert hier ist auch ein baby ich bin so happy that we have some malti now you look for the food the left one is big but not mahmud we need shwaya Aber du weißt, du musst Schamitani barra machen All die Batabara und die grün Ich weiß nicht, dass du nicht Ah Soll dich filmen, wie du reparierst Okay Wir müssen Halt, ich will noch zum Ah, you close the door for the turtles, good Come and watch the disaster Master of disaster Ah, look Mabruk And I make so much water in a harda Yeah You have to close this door You have this from inside Here Mahmoud We make the molokheya in a harda Also hier haben wir heute Molokheya gepflanzt Not From here Completely here Molokheya Aha Hol Salen Mahmoud Guck mal Mein Sohn repariert mal kurz Ich wollte es wegschmeißen Das ist ein super Kind Guck mal Die kommen wieder Ich soll dich finden Während du reparierst Bist du süß Jonas, ich möchte aber auch ein bisschen zu den Tieren Bitte, bitte Okay, hast du schon Weißt du schon, wo der Fehler liegt? Ja Wirklich Batterie Die Batterie Ja Zeig mal Ich immer Die andere war auch Batterie leer Und jetzt? Jetzt haben sie ihre Batterie Und wir brauchen so eine Batterie Guck mal, der hat es aufgemacht, der Kleine Mit seinem Ich habe das so gemacht Okay Aufgemacht Okay Und jetzt? Äh Ich mach hier Na gut Ich muss das jetzt rausschrauben Und nehme die Batterie weg Geht nicht Und die andere Seite Ja, das war Linksdreher Die sitzt zu fest Du musst mehr draufdrücken vielleicht, he? Der Akku ist auch schwach Der kann immer so Nein, dieser Ja, ich erinnere mich Hm Ich erinnere mich jetzt Das ist mit einer Akkubatterie Also Ne, ne Akkubatterie Was erzähl ich denn da? Das ist eine Batterie Die sich auflädt mit Solar Hier Ah Es kommt raus Super, Jonas Hast du hingekriegt Okay Aufpassen Die sind richtig klein Hm Der kleine Ja, der will mal ein Handwerker werden Der Jonas Hast du auch geschafft? Wow, wow, wow Subhanallah Subhanallah Und jetzt? Was machst du jetzt? Ach Und nehme eine kleine wieder Und mach sie rein Und wieder zu Mach das Momofus in dir Und ich verliere Aber must be recycled or disposed properly Ist das Batterie leer, he? Ja, Batterie leer Ich bin richtig sicher Du bist richtig sicher Das ist der süße Kleine Ich kann immer Habibi So, jetzt Wenn das dann Opa sieht Der ist begeistert in Deutschland Schau dir das an Mit der Parkside Von Lidl Von Lidl Dann muss man es aufladen Genau Und nicht aufladen Denn die andere Seite ist voll Und ist es jetzt kaputt Oder geht es? Nein, das geht Guck Das geht aber Moment, okay So, jetzt muss ich warten Der hat mir abgeschlossen Die Frisbee vom Jonas So, and Theo Pfiff Vier Gänse Drei Schauchard Zwei Vier Sechs Acht Neun Und die zwei Perfekt Alle da Aber Leute Das Entenzeug war so lecker Wir müssen die beiden auch Sorry, Omda Das können wir nicht machen Nachmut I think we also take them Uchalas So lecker Sa Entenfleisch ist halt super Oh nein Der will fliegen Darf man nicht lang überlegen Weisch Wenn man das dann guckt Und dann kriegt man wieder Blödes Gewissen Ja, aber was Das bringt ja nichts Wenn sie ein paar Eier legen Dass wir mal einen Kuchen backen Ne Oh, guck mal Er lässt Licht Dass sie fressen Die Mäuse Jetzt guck ich euch mal an Heute Alles gut Keiner mehr infiziert Kein Zombie Ich bring mal einen neuen Oh ne Ich bring gar nichts Neues rein Where is the food? Ah, you put already Ich wollte einen neuen Ast rein tun Aber besser nicht Man weiß ja nicht Man weiß ja nicht Mausi Nimm mal bitte die Wäsche da Vom Balkon Die haben wir schon seit gestern da Ich soll mal auch abnehmen Was hast du? Ich habe zwei Drei 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 Kannst du nochmal überlegen Gut Quack, quack, quack Gucken wir bei euch rein Alles gut hier So Hallo Eisbär Alles okay Ja, die Stallpflicht lohnt sich Da passiert nichts Sehen alle gut aus Meine Mäuse Eisbär ist richtig Der ist noch mächtiger geworden Dadurch, dass er wenig Bewegung hat Und die Hühner auch sind fetter geworden Legen gut Eier Jetzt haben wir Ich glaube elf waren es Eins, zwei, drei, vier Sechs, acht, zehn Elf Hühner Zehn Hühner, ein Hahn Und wir haben jeden Tag Fünf Eier Das passt Die legen alle zwei Tage ein Ei Und Tumpeline auch Gell Hab ich dich Mein altes Huhn Legt immer noch Ei Eier Sehr gut Okay Also morgen nochmal Sammeln Hupsala Und dann machen wir Bruteier wieder So Zeige ich mal euch Geht es schnell zu Das Ding Ist da irgendwas Dreck Jetzt Gehen wir mal ein bisschen mit euch Zu den Jackie Da ist ja der kleine Held Guck mal Ob sie neu schwanger ist Das wärs Ja Du Wir brauchen kein Esel mehr Gell Habibi Hallo Guten Abend Hallo Mö Ich komme Ich mach jetzt erstmal Licht an Damit wir was sehen In dem Lade Ja Ruft ihr mich schon Mö Na Hallo Oh Seid ihr süß Wie siehst du aus Schuschu Oh Der kleine Schnucki ist goldig Emma Deine Beulen Oh ne Da kommen wieder Beulen Der Tierarzt hat gesagt Wenn wieder Beulen kommen Müssen wir Sollen wir sie schlachten Ja Wieso ist das hier Das sind meine Guck mal Warum sind die hier Das vom Müll da hinten her geflogen Das sind übrigens die Schuhe Die die Hornhautsocken Jack Wolltest du dir die Hornhautfüße machen Schön gemacht Aufgeräumte Haare Ja Jack Also Hornhautsocken beim Jack Ist auch witzig Der ganze Wind Trinkt die Müllsachen her Habibi Komm ich mach dir auf Hast du rein Ja Okay So Ich geh mal kurz raus Und bring den Müll Hm Wir haben endlich die Übrigens Wir haben die Pistole wieder gefunden Nimmst du mal kurz den Müll Wir haben die Pistole wieder gefunden Vom Hanspeter Die hat der Opa Dem Hanspeter geht's gut Ich hab gehört Der besucht jeden Hanspeter hat der die gekauft Ich hab noch eine von Opa gekriegt Hä Zwei Ja wirklich Ich kann mich gar nicht erinnern Ich erinnere mich Okay Opa hat mich wie das gegeben Und Hanspeter auch Verlass Guck mal Wo sind die Höhlen Sind die wieder draußen Die Tür ist wieder offen Hamdulillah Niemand ist raus Ja wir müssen hier wieder neu machen Wir sind halt die besten Farmer der ganzen Welt Gell Heide Ein historischer Moment Leute Das ist sowas von lecker Ich hab sowas Also ne Barbecue Heinz Mayonnaise Und Heinz Tomato Ketchup Zweimal Bayonnaise Einmal Barbecue Und die guten Ich glaub sie sind gut Ne Dann Der Salat noch vom Mittagessen Hier Full Mademmes Da seht ihr es Warte mal Seht man es jetzt E60 Bound E60 Bound Ach 60 Pfund Zweieinhalb Kilo Ja und jetzt Mein Mann ist natürlich sauer Dass wir die Pommes kaufen Und nicht How much is now 3 Kilo 10 Bound Portates Also 3 Kilo Portates Kosten jetzt Also Kartoffeln Kosten jetzt 10 Pfund Und Wir haben jetzt Zweieinhalb Kilo Für 60 Pfund Aber Leute Soll ich jetzt noch Kartoffeln schälen Should I make clean The Portates Even now Komm Wir haben We have no time This little bit Da Komm Und das schmeckt Natürlich schmecken die nicht so gut Wie frische Kartoffeln Aber Hei ja Was willst du machen Komm Man muss nicht immer so Ich bin faul Gerade Wir haben genug zu tun So Kartoffeln schälen Hanoi Ein bisschen Luxus A little bit Luxury For your wife You know Sadur I don't know Pure 100% Natural I don't know How much Kosting Two and a half Two and a half Kilo Ach Und wir haben Zwei Packungen gekauft 120 Pfund You can bring it If you want to make This Patates Mishmashkila I like it also The real Patates You will do it It was full nice Really nice But you know Wir müssen Prioritäten setzen Wir haben Tiere Ich habe Kinder Nein Ich habe Kinder Wir haben Tiere Was ist hier los 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 Mafia Wasch dein Gesicht Jonas Du bist ganz schmutzig Also ja Leute So sieht es aus Gut Weiter geht's Ich kann meinen dreckigen Ofen Nachkommen Ich kann es auch zeigen Ist auch egal Guck wie dreckig der ist Morgen ist er fällig Und da kochen noch die Man kann auch mal This is the true Our dirty butter gas Yallah In the video coming Not so In real It's more dirty Das video macht noch Ein bisschen schöner Den Ofen Wir haben halt Ja kurz Zeit Oh ne du Wie lustig mein Mann Der kauft hier gerade Käse Probier das Was ist das Probier ich einmal Das ist doch Sahne Und jetzt steht er auch noch In Arabic Ishta Habibi What we do with this Cooking I put it in the Gulasch Also jetzt haben wir keine Käse Verlass I was thinking This looking Softy It's not like Gibner An expensive 13 bar Habibi Bitte euch wieder streifen Hör mal auf Komm Müssen wir das auch Für die Hühner Wegtun You need to stop this now Yallah Leute ich muss euch noch Was erzählen Mahmude hat jetzt Das Brot von der Mama gebracht Ommack Ommack Und zwar Das ist jetzt schon seit Über einem Monat Bei uns im Gefriertruhe Und ich habe keine Zeit gehabt Brot zu machen Dann sagt er Habibi Habibti Meine Mutter hat kein Corona Jetzt ist es schon seit einem Monat Im Freezer Dann können wir es essen Stimmt eigentlich Sie hat ja nichts Also wir haben noch zwei Brote Die können wir jetzt essen Weil die Hamati immer Fisch Corona So Oh ich musste so lachen Stimmt eigentlich Ja richtig Okay Und von your aunt also She don't have So we can eat it Till now we have Wir haben noch Keine Ahnung Sechs Brote Und die sind alle Nicht krank Also können wir die essen Nichts passiert Die haben wir Ein Monat Im Gefrierfach Mäuschen Trinkst du das schon mal Jetzt geht es los Das habe ich dir sehr schön Wohlerzogen Jalla Halas Halas So Dele Jetzt kommen noch die Eierle Eierle Noch die Broteier Gell Wir haben andere Eier So Achtung Heidenai So Leute The same procedure As every night Was machst du jetzt Das Eiswasser trinkt Langsam Jonas So Dele Ich freue mich besonders Das ist ein Für mich Das beste Essen Mayonnaise So Mahmoud sagt Hier full Diese Marke Sieht sehr lecker aus Schmeckt bestimmt Super lecker So Bon Appetit And the bread from mommy But really I miss it Also ich habe es auch vermisst Muss man ja sagen Das ist viel besser Als my breadle Muss man ja sagen Heia 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 Also Bon Appetit Hau rein Yunus Alhamdulillah Bismillah Rahmarahim Lekka lecker lecker Schmeckle russi Mäschle russi Mäschle russi Mäschle russi Deine Hörner wachsen Auch schön Gell Bossi Bussi Was macht ihr hier unten Du sitzt Fein Bist du nass oder wie Ganz nasse Federn hast du Was ist denn mit dem da Wieso versteckst du dich hier Edi Alles ok Steckst du Eier oder was Versteckst du dich vor den Männern Mäschle russi Mäschle russi Mäschle russi Mäschle russi Mäschle russi Ja la Na gut Schaut mal Es wird immer grüner hier Also das Ding Fruchtet Weintraube Subhanallah Alhamdulillah Er macht Sandbad For what? You will really make the Patates Ach Mahmoud Überraschung Hast du den Roboter gefunden? Die Puppe Die Puppe Ganz tolle Überraschung Das ist doch keine Überraschung für die Mama Gell? Ja wo ist die Schokolade? Ich sehe keine Was? Hast du eine Überraschung? Ja das ist die Überraschung Alhamdulillah Tell me wo wart ihr Kinder? Wo warst du mit deinem Baba? Baba hat geschossen Für einmal so Die Mama hat geblabla Das Auto von der Mann Und der Mann wollte das Auto von meinem Mann Und dann hat er geschossen Haben sie gelacht he? Nein Ehe geschossen Dann haben wir niemals zum Treffen Und haben gesagt Der Mann Die haben das als Spaß gemacht Die Ohnes Oder? Nein Ich habe gesehen Wieso soll er denn mit deiner Pistole schießen? Da ist er Ja Wirklich echt Ich frage ihn wenn er kommt Ah Ich habe gedacht Ein Mann steht mit so einem kleinen Pfad Das ist doch nur Spaß Ich bin nicht gewachsen Ah Kannst eine abnehmen Tein Hold deine Pistole Ja Mahmoud I hear you take the gun And shoot to somebody I was joking The joking Eunice says serious He want money from you La 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 Schnell Wir müssen hier einen Zaun machen Wie ziehst du diesen Mann Mahmoud Es ist nicht wir hier 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 Und diese Bräse Tell mir Eunice Sie sagen Das ist voll serious Das Mann Wollte Geld für dich Ja Ja bring again. I say nothing, something. Die Schwester von einem Opa bringt ihm wieder Süßigkeiten. What did you say? What did he say? What did he say? He said and he screamed because you remember? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bismillah, Mahmoud, stop. Now you can. You see, we work after our Moshe. What did he say? What did he say? Mausi, I wish you, that your Opa will be healthy. I wish you something else. Eunice, give me some water, please. Give me some water. Give me some water. I just wanted to say, at home, I stress it sometimes. So, Allah, if you have to go fast... Wait, wait, wait. What did he say? What did he say? He said. That's how I said. Oh God. My salad. Oh God. The Opa will be healthy. Ah God. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. So, that's right. My salad. Oh God. And all God. erfüllt die wünsche der fastenden also bevor man das fasten bricht bismillah und sich und du auch für sich selbst machen oder für für ein wichtiges anliegen was man hat und wieder weinen die kinder der will erst wolltest du nicht essen jetzt wirst du das meiste und dein lieblings essen hier das ägyptische kofta ja meine lieben und so sieht es aus wenn ich gegessen habe alles in ordnung wieder ist ich bin wieder fit ich kann wieder normal sprechen mein gesicht ist wieder ein bisschen durchblutet er gut bei dem licht jetzt klar es ist dunkel draußen aber alhamdulillah ja und so ist es halt wenn man fastet dann ist man immer ein bisschen langsamer und ja aber es wird von jahr zu jahr besser mein mann läuft ja ganz normal durch die durch die welt und wie er heute abgegangen ist ja ich war so geschockt also der hat den jones wie soll ich sagen wer wollte da war sauer der jones und hat er eben mit dem praktisch so gebracht dass er lacht und ich war so geschockt dass er so geschrien und er wollte schon die dattel essen und ich so stopp das war der andere moazin wir gehen ja nach unserer moschee und dann und habe gesagt hast du dir was gewünscht wir müssen ja du sollten du arm machen bevor wir die dattel essen und oder was trinken das vergessen wir auch sehr oft aber das sollten wir ramadan nicht vergessen allah erhört die fastenden das ist das das beste der beste moment um du a zu machen das war es jetzt wieder von mir ja bis morgen wir sehen uns bis die tage messi lemma bye bye baaay